Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Lies of Pi und wir waren auf der Suche nach dem Typen, dem Hunde-Kostüm, nach dem Stalker, der da immer rumgelaufen ist, aber irgendwie ist der verschwunden, habe ich so das Gefühl. Er stand immer hier, oder ist er nicht mehr? Wir können jetzt nochmal oben gucken, ob er eventuell da ist, ob er als Schaden, der jetzt weg wäre. Oder steht er hier draußen eventuell? Ich guck mal hier nach. Da seh ich ihn jetzt auch nicht. Vielleicht hier oben irgendwo? Hier beim Baum? Nein. Hier bei ihm vielleicht? Nö. Ich bin im Quatsch noch. Wie ist die Kür für die Petrification-Disease gekommen? Ich bin froh, dass du gefragt hast. Es geht gut, dank dir. Ich bin froh, dass du dich nicht so gut ist. Es kann nicht so gut werden. Es kann nicht so gut werden. Es kann nicht so gut werden. Es ist so gut, dass du dich nicht so gut verletzt hast. Sie sind sicher? Ich kann eine Kürze, Herr Stalker, aber... Ich lasse die Entscheidung zu Ihnen. Eine lange, aber schreckliche Leben, oder ein schneller, aber ruhiger Ende. Ich werde die Kürze, wenn Sie mir eine Gold-Coin-Fruit geben geben. Ja, die können jetzt hier ein schnelles, friedliches Ende geben, oder... Kann ich noch mal mit... mit Dings reden? Ich habe so ein bisschen Befürchtungen, dass es dann doch irgendwie... Ich meine... Tut mir ja schon leid. Und ich würde ihr ja gerne helfen. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist, wenn ich sie jetzt... Vergattung, ob der Typ hier irgendwo ist, aber ich finde ihn halt einfach nicht. Voll, er ist weg. Auf jeden Fall. Ich hebe mal das andere Teil auf. Vielleicht finden wir ihn irgendwann nochmal. Entschuldigung. Ich gehe mal eben noch hier draußen gucken. Nö. Es ist weg. Schade. Ich gehe mal... Nehmt. Wünschstfond. Das ist doch sehr... Ich bin heute gar nicht mehr auf dem Hotel Kraft. Ich wäre da zu, wie ich es angehen. Dann wäre ich an der Schlag. Das acontecer war... Das ist... Das ist meine Aufgabe. Das ist mein Motiv. Das ist ein Grund, worauf ich bin. Nun... Willkommen im Hotel Kraut. Wie kann ich es helfen? Ich bin von der Schlag? Ja, ich bin von der Schlag. So you met Simon I've been dreading this conversation I should of told you about Simon earlier But it's the sort of thing you have to see to believe he is the most dangerous man in Krott. He spreads mayhem and death for a delusion he calls evolution. Simon wants to evolve a new world in Krott. A horrible future, even worse than the carcass monsters we already face. That's why I woke you up. If you can't save Krott from Simon, no one can. Find the Isle of Elkmists. Someone must know how to get there. I will help as much as I can. Of course. Please, save Krott. Ich tue, was ich kann. People have no idea. Thanks for keeping me come. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ein schnelles Ende oder halt ein langsames Ende. Langsam, aber qualvoll. Schnell oder friedlich? Wie heißt die Frau nochmal? Ich hab den Namen vergessen gerade. Ein Moment mal bitte. So. Weiter geht's. Was will die an meiner Stelle tun? ich glaube wahlfolger scheiße wir holen uns das ganz einfach und dann steigern wir ein bisschen unsere kräfte vielleicht noch und warum der typik ist weiß ich immer noch nicht es ärgert mich aber dass er weg ist warum ich warum ich sozusagen die anderen nicht bekommen habe warum die anderen nicht auffindbar waren weiß ich auch nicht ja ja machen wir machen wir es hieß laut beschreiben man würde die beiden wir treffen in der großen ausstellung ich habe sie nicht getroffen ich weiß nicht wo sie sind also fuchs und katze schade eigentlich weil ich habe jetzt erfahren dass es dann heißt dass sie dann zum gegner werden ich habe in dir glaubt und meine belief hat sie gewonnen sie kann es sich für sie es fühlt sich wie ein son Die Möglichkeit der Immobilität, doch... Warum will Pain niemals sie alleine? Ich... ... kann ich diese Wahl machen. Every option ist painful. Ich kann nicht wissen, was für sie ist. Was würde... Was würde Sie wählen? Ja. Ich denke, dass die Pain nicht so gut sein würde. Dankeschön. Dankeschön. Den heben immer auf. Ich gebe die alle auf, erstmal. Ich werde dich warten. Ich werde dich warten. Ich werde dich warten. Das ist warum ich die Listener bin. Ich bin eine Beziehung. Ich habe immer gefragt, warum ich die Listener bin. Warum diese Macht kam zu mir. In dieser Zeit und Zeit. Aber ich verstehe. Ich habe mich. Ich bin eine Beziehung. Ich bin eine Beziehung. Oder vielleicht, es wollte jemanden erinnern, vielleicht ein Gott oder ein Engel, wer weiß. Aber die Alchemisten haben alles verholt. Der Gold-Coin-Tree ist eine schreckliche Kreatur, die sie aus den Listenern haben. Wie viele von ihren Kreaturen, ist es tragisch, aber sinnvoll. Du kannst Ergo kontrollieren, mit Gold-Coin-Tree, die schreckliche Kreaturen von den Kreaturen geworden sind. Wenn sie die Chance bekommen, die Alchemisten können mich zu machen, dass sie so eine Kreatur für sie machen können. Oder etwas noch mehr Tragisch. Keine Ahnung, dass die Schreckliche Kreaturen der Alchemisten von den Alchemisten sein wird. Mit der Kreaturen, sie schreien ihre Kraft zu dir. Du kannst aus Wasser, sie schreien die Schrecklichen Kreaturen vom Kreaturen zu auf dem Sie. Du sie übernimmst ihre Brüse, ihre Gräude und ihr Teuhl. Die Schreckliche Kreaturen, Fremdlichung, Späten Schrecklichen Kreaturen und Fremdenkastischen Schrecklichen cracking. Sie sind alle mit Ergo. Ergo ist die Essenz der Leben, die von der Betrification-Disease gemacht hat. Sie hat die Erinnerungen und die Lebensstilfe des Verständn. Das ist der Grund, dass die Puppets manchmal erwähnen, oder die Erinnerungen von jemand anderen. Simon verletzte Ergo's Macht, und er wusste, dass der Prozess der Betrification-Disease der Betrification-Disease auch möglich war. Krott wurde eine Stadt von Monsters und Betrification-Disease wegen Simon's schrecklichen Erfahrungen. Der König von Puppets versucht zu stoppen Simon, aber er hat nicht gut gemacht. Nun, unsere einzige Hoffnung ist, dass du. Erschau dich von diesem Nachtmärchen. Welche Auswahl du hast, werde ich wartet für dich. So. Vitality? Wenn ich das mache. Okay. Ich habe auch nicht mehr viel übrig. Ich muss noch sparen, das geht sonst nicht. Okay. Hat er auch noch was zu sagen, oder? I always welcome. Okay. Hui. Ja, da will noch jemanden reden. Ich bin. Ich habe mir eine Verlust. Für mich nicht schwer oder gefährlich. Nur, das ist nur an Alidoro. Ich habe es selbst an ihn, aber er ist jetzt in der Barrenswamp. Er wird verstehen, die Anfragen von diesem Abfall. Ich weiß. Nur, das ist für mich und ich bin froh. Okay, der ist jetzt im Sumpf, warum ist der im Kahn ein Sumpf? Geh mal nochmal zurück. Was ist das? Hier? Nee, ja. Wo ist der Kahn ein Sumpf? Ich weiß nicht, wo der Kahn ein Sumpf ist, das sind die Winigni-Werke. Mondsteinstein, Pfad des Elends, Pfad des Pilgers, wo ist der Kahn ein Sumpf? Ich habe mir nicht mehr angezeigt, wo das sein soll. Oder komme ich da erst hin? Ein Kahn ein Sumpf. Ich will ja immer noch gerne wissen, wo... Warte mal, ich gucke jetzt eben mal schnell nach, ich mache euch mal Pause. Wo Fuchs und Katze sind. So, ich weiß jetzt, wo sie sind. Ich begegne ihnen noch. Ich bin schon gewundert, dass ich vielleicht irgendwie die übersehen habe oder so. Beziehungsweise, dass sie dann irgendwo anders sind, wo ich nicht hinkomme oder wo ich vergesse, irgendwie hinzulaufen. Weil das hätte ich erst mal, dass mir sowas passiert. Aber komme ich erst zum Kahn und so? Wahrscheinlich sollte es mir mit der Seuchte viel geben, ne? Ich hatte das andere davor, wäre der Kahn ein Sumpf gewesen. Aber das war anscheinend nicht. Was, oder? Das war ja ... Was, was ich noch nicht? Naja, das war das? Ich hatte das in der Nähe. Ich hatte das hier ... Ich hatte das in der Nähe. Ich habe da nie erzählt. Ich habe es vergessen. Ich muss mal umschauen, ob ich sie sehe. Und ob da irgendwelche Gegner sind. Hier ist so ein langer Raum, da kommt noch irgendwas. Hier ist nichts. Ah, da sind sie ja. Das ist auch ein Alchemist. Bruder, du solltest dir hallo zu deinem Freund sagen. Aber es ist wahr, dass wir in etwas wie ein Bind. Wir müssen uns mit unserem alten Freund beschäftigen. Du hast das richtig, Frau. Wir sind sicher, dass wir uns helfen können. Wir sind nicht so schlecht in seinem großen Schindig. Ich hoffe. Ein Moment, bitte. Mein junger Bruder hier ist langsam, aber sicherlich verliert. Wir müssen die ganze Zeit, das zu sohltes im Übrigen zu werden. Und zu einem schmerzenden, schwer sidedes Krankenhaus. Das ist warum ich das Gold Coin hinterfrauchte. Es ist bereit, um miraklungen zu arbeiten. Und ich, noch eins brauche. Die Alchemists geben uns nur genug, um ihn zu halten, aber nicht genug, um zu kürzen. Und niemals was sie haben. Wir können uns nicht auf diese Krustel-Kissung-Wizards beteiligen. Bitte. Ich mache mich nicht. Er braucht das. Außerdem, für einen Mann, der den Bruder der Bruderhütten Black-Rabbit-Brotherhütten und zu gehen in einem Stück, wird es so einfach wie zu essen, in Bambalone. Bitte. Der Bruder der Bruder der Bruder ist die einzige, die hilft. Du bist da? Kannst du mich hören? Bitte. Der Bruder der Bruder der Bruder ist die einzige, die hilft. Wir wussten, dass du ein wahrer Freund bist. Und generös. Das stimmt. Ich liebte dich aus dem Beginn, du weißt. Ich hatte ein Gefühl. Wenn du andersrum fühlst, das war nicht ich. Ignorieren. Wenn er er begeistert oder einfach fühlt, er schützt, er schützt. Aber er ist wirklich dankbar. Wir beide sind. Okay. Okay. Ja, ich sag mal so, warum ich das mache, ähm, war ja nur eine gewesen. Ich hab ja genug noch. Ähm, soweit ich weiß, wenn du ihnen nicht hilfst, wirst du am Ende gegen sie kämpfen müssen. Ähm, deswegen. Okay. Okay. Okay Puppets and alchemists forget it It is their secret island A place hidden from the world But even if we could find it How to get there What about I don't know if it even works anymore But one still requires fuel Needs must when the devil drives There could still be a way A dangerous but marvelous mode of transportation But it won't work without a golden ergo My research Well, poor Ginella did a lot of the heavy lifting Has led me to believe you can find one Deep within the barren swamp It's also led me to believe It is guarded by actual monsters So I can't make this decision for you It's up to you No, I'm not going to tell you the details yet Not until we have that golden ergo It's just not worth getting our hopes up, Kompano Okay Wir brauchen jetzt ein goldenes ergo Dann gehen wir jetzt mal zum kahlen Sumpf Und holen uns goldenes ergo von echten Monstern Ich sehe nicht so, dass mir nicht vorher schon anderen Monster begegnet sind, ne? So, dass ich jetzt nachgucken musste mit Tux und Katze Aber ich will die beiden nicht wirklich als Gegner haben Nicht wirklich, nie So Das sieht aus wie toter Fisch Da hinten Frischer Fisch So frisch wie Schimmel Erstmal gucken wir, ob hier noch was ist Nope, okay Ausdauer müsste ich als nächstes auf jeden Fall machen Ach, das sind kaputte Maschinen Maschinen Maschinen, ja Lauter Maschinenteile Yay Das erlebt doch noch, oder? Nein Okay, ich dachte Also ich brauche mindestens Sagen wir mal 32.000 Minimum Damit ich Benignis Reiseführer der Sehenswürdigkeiten von Kat Die Attraktionen dieses Monats der Kahle Sumpf In dieser Ausgabe von Benignis Reiseführer möchten wir Ihnen einen besonderen Ort vorstellen Der sich von den bisher vorgestellten Attraktionen unterscheidet Und wir meinen das nicht unbedingt positiv Natürlich können ein paar Leute mit besonderem Geschmack ansprechen Natürlich könnte Ja, achso, ja Aber wenn Sie ein Abenteurer sind, der alles über Grat wissen will Lohnt es sich Etwas über seine dunklen Seiten zu erfahren In diesem Sinne ist der Kahle Sumpf das Gebiet Das Grazschatten besonders gut zu Geltung bringt Der Kahle Sumpf ist der Ort, an dem die ausrangierten Puppen entsorgt werden Die Sümpfe und Schluchten waren nicht Teil der Stadtentwicklung In der Vergangenheit gab es kurzzeitig ein Kohlebergwerk Das aber wegen Ergo Entdeckung bald in Vergessenheit geriet Später begannen ein paar Begannen ein paar gerissene Fabrikunternehmen Die sich um ausrangierte Puppen kümmerten Sie hier illegal zu entsorgen Und machten den Sumpf zu dem, was er heute ist Ein Sumpf voller ausrangierte Puppen Und verdorbenen Tieren Es ist das Grab von Grat Möglicherweise hat die Stadt angekündigt Dass sie mit der Ausstellung um die Ecke Den Kahlen Sumpf in einen Park verwandeln werden Also gibt es diesbezüglich etwas Hoffnung Es ist ein wahres Höllengrab Könntest du doch diese Art von Ort mit eigenen Augen sehen Noch bevor etwas entwickelt wurde Ob gut oder schlecht Eine Erfahrung ist eine Erfahrung Bewertung 2,5 von 5 Eine Attraktion für die, die den Schatten von Grat sehen wollen Lange Stiefel sind ein Muss Robert Medoro Dieser Reiseführer wurde mit der Unterstützung der Firma Venetni Freunde der Stadt erstellt Ich freue mich ja jetzt schon mega drauf Den Ort hier zu sehen Wir haben noch was Neues bekommen Gar nicht Gar nicht Okay, das sein können Das Ergo, das behalten meine Fische Das Ort ist... Okay, da ist kein leichter Weg zu sagen Aber es ist ein Puppet Graveyard Menschen nennen es ein Illegal-Dumping-Site Die Stadt versucht zu stoppen, aber eventually hat es viel größer Bezüglich Wenn die Grand Exibition's Horrific-Solution Spreit diese Part 2 Das ist einfach zu schrecklich zu denken Oh, warum bin ich zu denken? Okay, das ist ein Geist Oww. 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 Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Moment, warten. Ich trau dem Ding nicht. Da brennt nämlich alles. Kann da irgendwas liegen lassen? Nö. Okay. Oh. Ja? Nein? Okay. Nee, war das nur der Stargazer. Okay. Hey, das ging diesmal besser mit dem Viech, ne? Als das letzte Mal. Das sind nur die Bäume, ey. Ich hab schon gedacht, das kommt jetzt so ein riesen Viech runtergeschossen oder so. Da kommen auch bestimmt so selbst kreierte Viecher. Okay. Okay. Da kommen auch bestimmt selbst kreierte Viecher. Ein Hund mit Sprengkopf. 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 Oh. Oh. Hi. Das ist ein bisschen unfair, was ich gemacht habe, aber es hat funktioniert. jetzt. So viel zum Thema, sie trauern um ihren Puppenkönig. Ich trauern null. Die Geräusche, ey. War das so eine? Nein. Ja? Ja. Der Feuerschaden würde sich niedrigen Feuerwiderstand auch niedrigen. Weiß nicht. Der glaub ich nicht. Hab ich auch ein anderes Kostüm? Ich dachte schon. Was sind das für Geräusche, bitteschön? Was war denn das grad eben? Keine Ahnung. Aber wir werden es wahrscheinlich in der nächsten Folge herausfinden. Deswegen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, ciao.